Der spekuliert bestimmt auch ein wenig mit dem Gesamtweltcup. Tournee-WM-Gesamtweltcup. Das können hat er. Und Kurt Dillke hat auch noch Höhe. Der hat auch noch Höhe. Und der steht. Ja, das ist er. Das ist er. Hat den Probesprung schon angedeutet, dass er heute einen besseren Tag hat. Holz der Kuckuck. 140 Meter Kante ganz genau getroffen. Und auch hier sieht man, wie die Kräfte wirken. Er ja immer. Bleibt immer bis zum Schluss von. Und dann setzt der Telemark. 18,5 für meinen Geschmack. Zu wenig. Da zieht man natürlich ab. Die Handbewegung, die Skibewegung. Aber das ist zu viel. Die Führung sollte es trotzdem sein. Oder waren die Noten doch zu schlecht? Nein, nein.